Das muss nach hinten zurückkommen, da ist es und es wird gefährlich, es schlägt ein, 2 zu 0, Lugano, wieder Cesai, wartet lange Cesai, ein verzögerter Anlauf und dann das Tor, 1 zu 0. Was ist das? Die Antwort des Gambieres! L'Algérie n'aura pas fait le plus dur! Marquesano mit Loli Jetzt also wieder beim FCZ gelandet Assange, Sissé! Tor! 30. Minute Schon rollt der nächste Zürcher Angriff Marquesano, Sissé! Tor! 3-0 Wieder der lange Ball auf Chesai Bredlo Das schätzt sich da so ein bisschen Und dann machen die Gastge... Das Alter dafür... Oh, jetzt 2 gegen 1 Und das 2 zu 9, 17 Minuten Auch da wieder ein... Gewechselt wurde offiziell, aber noch nicht Möglichkeit für Sissé Tor! 2 gegen 1 Als er für das Ziel gezeigt hat Das war nicht ein sehr guter... Bei Wilson Und hier kommt Bartamosi wieder Chance für Sissé! 4 8 5 5 7 5 6 7